joo wunderschönen gutenberg bei meinem Sprügel und Spritzer, Kralis hier am Start und jo Männer, wir sind heute auf einer neuen Seite unterwegs, die lehnt sich so ein bisschen an CSGO Double an und sie nennt sich Green Hunt. Eigentlich wollten wir ja auch eine Green Hunt machen, aber wie ihr seht sind da oben schon zweimal Green gekommen, deswegen werden wir da denke ich ein paar andere Sachen machen. Wir wollen uns auf jeden Fall trotzdem was absolut leckeres auszahlen. Rechts oben seht ihr, ich habe 360 Dollar drauf, heute also mal ein Ball Steve Video. Wir wollen uns heute was brutales Whistron, so eine Medusa, wäre ja natürlich absolut lecker, je nachdem wie es läuft, vielleicht auch in einem neuen Bajonett. Er hat Träume, er hat Träume. Ich habe Träume, heute sind wir auf jeden Fall hart am reinballen und mit dabei, wie ihr schon gehört habt, haben wir den M-Mick und den Mark Crew. Hallo, was geht ab? Und jetzt hoffe ich mal, dass das was wird, ja also heute wird komplett rein geballt, Freunde. Oh, warum? Jo, hier steht jetzt einfach, dass ich hier komplett all in bin, oder was? Ja, stell dir vor, du wärst jetzt all in gegangen, Digga, und du hättest es bekommen, Digga. Direkt, Medusa! Das wäre belastend gewesen. So, was machen wir? Belastend wäre es gewesen, wenn du gewonnen hättest. Ja moin. Komm, wenn man 30 Dollar, worauf? Auf den Zug rauf springen. Nee, geschwarz. Okay, wer, Emelik, hat er falsch. Hier gibt es natürlich auch einen Gratis-Code. 1 Dollar könnt ihr hier gratis bekommen mit dem Code Crony. Wäre auf jeden Fall lecker, natürlich erst wenn ihr 18 seid. Ja, könnt ihr auch ein bisschen probieren, das zu verzocken. Verzockt auf keinen Fall. Och man, verzockt auf keinen Fall eure Play-Skins. Nur Skins, die ihr über habt und auch erst wenn ihr 18 seid. Und Code ist auf jeden Fall Crony. Könnt ihr hier eingeben, oder ist das überhaupt ein Dollar? Ich glaube, wir haben vor nachgeguckt und das ist ein Dollar. Ja, wir schauen hier mal. Ist ein Dollar. Ja, und hier kriege ich 10, 1 Cent und 1% von dem, was ihr gewertet habt. Okay, ist ein Dollar auf jeden Fall, Mates. Und ja, jetzt haben wir hier wieder 30 Dollar, worauf? Gehen wir. Scheiße, Alter. Komm, wir müssen jetzt nochmal schwarz gehen. Schwarz, 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 schwarz. Der Zug muss doch irgendwann mal... Warum musst du nicht deinen Einsatz verdoppeln? Ja, hätte ich machen können, aber... Jawohl. Das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt verdoppeln wir mal und gehen nochmal auf schwarz. Ich glaube, es kommen jetzt zwei miteinander schwarz, oder? Ich weiß nicht. Ja, mach mal. Ist ja auf jeden Fall ein bisschen die falsche Taktik, die wir hier angehen, Freunde. Wenn wir gewinnen, verdoppeln wir. Ich würde nur verdoppeln, wenn ich verloren hätte. Ja, das war die normale Taktik. Aber, heute ist hier der... Aber... Kreative Erfindung. Kreative Erfindung. Kreative Erfindung. Kreative Erfindung. Kreative Erfindung. Ja, okay, zahlt sich auf jeden Fall aus, ja. Willst du vielleicht mal grün oder so? Nee, kam jetzt gerade. Was haben wir noch? Denkst du, es kommt nochmal schwarz, oder? Oder rot? Ich hab das Gefühl, rot. Ich glaube, rot. Ich glaube, beide rot. Ich glaube, ihr liegt beide falsch. Ob ihr richtig steht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Wie gesagt, wir müssen heute ein bisschen Eier zeigen. Ich will hier natürlich auch zu was absolut Leckerem kommen. Ja, gut. Hätte ich mal auf mich selber gehört. Das wäre natürlich lecker gewesen. Dann wären wir jetzt nicht down gegangen. Scheiße, es kommt wieder... Grün, 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 Grün. Kommt eh nicht. Also, ich glaube, ich sollte immer genau das Gegenteil machen von dem, was die zwei Spinner hier sagen. Ja, aber wenn Grün kommt, was ist das Gegenteil? Hm? Hm? Ich glaube, dein Hoden hängt dir bis zum Boden. Oh, Fitter Rhyme. das passiert am ballsteam donnerstag ja scheiß wer rot gewesen es kam jetzt zwei mit rander rot einmal rot hier links ist es glaube ich ja es kommt von links ja einmal rot kommen noch mal zwei und machen hier noch mal noch mal rot kommen bitte wir sind jetzt auf jeden fall aktuell dauernd das ist nicht so cool wir wollen jedoch gewinnen wir waren vor 60 dollar im plus und ich hätte einfach noch mal auf schwarz gehen sollen ich hab's im gefühl gehabt dass das schwarz kommen aber die zwei anti maids hier haben natürlich rot gewertet okay jetzt haben wir hier wieder 40 dollar zimmer ein bisschen im plus haben wir jetzt scheiße müssen hier halt einfach ein bisschen rein wollen ja gehen kommt wahrscheinlich eh nicht aber wir machen mal 80 dollar auf rot und zehn dollar auf grün ja auf rot zehn dollar auf grün bitte nur nicht schwarz das werden 90 dollar weg ist es kommt so aus von schwarz dann eines komplexen kommen bitte ja ja immerhin rot nice natürlich grün und deshalb freust du dich so kriegen wir auch noch obwohl wir haben ja 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 gut habe jetzt heute ausgerechnet aber ihr seht ihr wieder fällt dem bloß 450 dollar was mach mal machen wir noch mal zwei ah fuck alter fast beliebig okay ich noch mal auf rot aber auch so wie hat gesagt wir sollen auf schwarz gehen deswegen immer auf rot 80 dollar auf rot bitte komm mach keinen scheiß ja 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 520 dollar was will dir doch zum cover doppler wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben ja lecker so schnell kann es gehen ja jetzt gehst du grün mit dem rest gehst du grün mit dem rest gehst du grün mit dem rest gehen wir grün wir haben es lecker hallöchen das sind einfach fast 200 dollar von der seite ja moin nein das wird hier nur falsch angezeigt bei steam inventory helfer das wird auf op skins alleine schon mehr als 300 irgendwas wert sein ich glaube das ist auf op skins zu 400 wäre das passt schon vom preis her 522 ja jetzt haben wir das auf jeden fall absolut schmecken lassen ja und jetzt wollen wir uns hier noch mal grün ab 322 ich bin schon drauf das wird grün jetzt so schön wieder was aus ist egal wir können uns nicht beschweren wir haben hier einfach ein fucking kann man da bleiben gucken uns das auch noch mal kurz in machen mails macht er einfach den nackten mann mit dem laptop auf dem schoß er gehört sich ja absolut er tut was er nicht lassen kann er ist in seiner freien wildbahn das hat sogar relativ viel grün aber die flow zieht beschissen aus ja also die flow zieht wirklich um kann man jetzt hier nachgucken stimmt total vergessen 0,04 ist nicht ganz beschissen aber ist auf jeden fall schon nicht so gut aber es hat relativ ja gut auf der play seite hat es eigentlich gar nicht grün drin heftig bloß gemacht absolut leckere nummer freut mich schmecker lassen doch nach oben da schaut beim mnick vorbei ja ich hoffe ihr hattet spaß am balls die donnerstag morgen gibt es eventuellen im balls die friday aber leider nicht bei mir in diesem sender hau rein tschüss das war auf jeden fall ein krasser balls die donnerstag würde ich sagen ich reiche weiter an tobi ich sage hatte lan peter pan